Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungsoptimierung erklärt unabhängige und bedarfsgerechte Versicherungsberatung. Das ist Herr Mayer. Er leitet ein mittelständisches Unternehmen. Er hat viel zu tun. Sein Unternehmen ist stark gewachsen. Mitarbeiter, Maschinen, Fahrzeuge und Gebäude sind hinzugekommen. Es hat sich viel verändert und er weiß nicht, ob er heute noch richtig versichert ist. Das Thema ist ihm eine Last. Er erinnert sich noch gut an seine letzten Gespräche mit Versicherungsvertretern. Nach wochenlanger Recherche hatte er den Überblick verloren, weil ihm jeder etwas anderes erzählte. Alle wollten nur ihre eigenen Versicherungen verkaufen. Er schloss dann bei dem ab, bei dem er das beste Gefühl hatte. Ob das aber alles passt? Er weiß es nicht. Er ist unsicher. Ein befreundeter Unternehmer empfiehlt ihm den Service der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsoptimierung. Herr Mayer macht schnell einen Termin. Er will das Thema sicher geklärt wissen, denn im Ernstfall kann seine Existenz davon abhängen. Bei seinem ersten Besuch macht Frau Partenheimer, eine Mitarbeiterin der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsoptimierung, mit ihm eine ausführliche Risiko- und Bedarfsanalyse. Herr Mayer wusste gar nicht, dass man dabei so viel berücksichtigen muss. Anschließend ermittelt die Deutsche Gesellschaft für Versicherungsoptimierung aus der Fülle der möglichen Versicherungen diejenigen, die zu Herrn Mayers Anforderungen passen und prüft deren Bedingungen und Konditionen ganz genau. Deren Fachleute wissen nämlich, worauf sie im Kleingedruckten achten müssen. Dabei können sie auf die Versicherungslösungen aller namhaften Versicherer zurückgreifen. Denn als unabhängiger Optimierer ist die Deutsche Gesellschaft für Versicherungsoptimierung nicht an einen Anbieter gebunden. Sie hat ein umfangreiches Netzwerk zu Versichern aufgebaut und kann so für viele Bereiche auch auf Rahmenverträge mit ganz besonders guten Konditionen zurückgreifen. Nun muss Herr Mayer nur noch zwischen den bestplatzierten Anbietern wählen und sich entscheiden, welche Risiken er jetzt tatsächlich absichern will und wie er die betriebliche Altersvorsorge regeln möchte. Frau Partenheimer beantwortet alle seine Fragen und sagt ihm auch genau, welche bestehenden Versicherungen überflüssig sind. Sie ist gut ausgebildet, ihre Vergütung hängt nicht von einem Anbieter ab und letztendlich haftet sie auch für ihre Beratung wie ein Anwalt. So kann sich Herr Mayer darauf verlassen, dass er von der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsoptimierung bestmöglich beraten wird. Sind die Entscheidungen getroffen, kümmern sich die Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsoptimierung um alles weitere. Sie bereiten die Anträge vor, kümmern sich darum, dass die Policen stimmen und leiten alle erforderlichen Maßnahmen ein. Das spart Herrn Mayer eine Menge Zeit. Wenn sich später etwas ändert, kommt Frau Partenheimer gerne bei ihm vorbei. Sie übernimmt auch die gesamte Abwicklung der Versicherungsfragen. Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungsoptimierung überprüft regelmäßig die Prämien und kümmert sich bei Schäden um die Abwicklung. Auch alle versicherungsrelevanten Termine hat sie im Blick. Neue Mitarbeiter informiert Frau Partenheimer über die Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge in Herrn Mayers Unternehmen. Das spart auch dessen Personalabteilung eine Menge Aufwand. Herr Mayer ist begeistert. Jetzt weiß er sicher, dass die wichtigsten Risiken in seinem Unternehmen abgedeckt sind. Und das absolut stressfrei. Er hat viel Zeit und Nerven gespart, Sicherheit gewonnen und unterm Strich hat er sogar Geld gespart. So soll es sein.